Ein deutsches Mädchen Im Königreich Tirolis war der geliebte König verstorben. Die Königin und ihr Sohn, Prinz Raymond, waren am Boden zerstört. Im Laufe der Tage verlor die Königin ihren Appetit und hatte viele schlaflose Nächte. Raymond begann, sich Sorgen zu machen. Mama, lass uns einen Ausflug machen. Ich möchte nicht. Du hast kaum geschlafen oder gegessen. Vater würde wollen, dass du glücklich bist. In Ordnung. Am nächsten Tag waren sie auf, reisten eine Weile und erreichten bald einen Wald. Ray, ich bin müde. Sie wanderten umher und kamen zu einem alten Haus. Scheint verlassen zu sein. Lass uns heute Nacht hier ausruhen. Sie aßen vor einem prasselten Feuer und schliefen danach ein. Am nächsten Morgen stand sie frisch auf und... Oh, mein Rücken! Du meine Güte, ich verhungere. Während sie aßen, merkte Raymond, dass sie mehr Wasser brauchten und gingen, einen Bach zu suchen. Wenn ich zurück bin, wollen wir unsere Reise fortsetzen. Die Königin beschloss, das Haus zu erkunden, aber es war nicht leer. Endlich! Oh! Das war Bruno, ein Bandit, der sich in dem verlassenen Haus versteckt hatte. Lass mich los! Ich erteile in diesem Haus die Befehle. Wer bist du? Mein Name ist Bruno. Als ich euch zwei gestern Abend reinkommen sah, wäre ich fast fortgelaufen. Aber dann wurde mir klar, dass ihr königlichen Blutes seid. Was willst du? Nichts Schlimmes, nur... König sein. König? Ja, nehme ich mit in den Palast und dann kröne mich zum König. Denkst du, dass es so einfach ist? Natürlich! Es sei denn, du machst es schwer. Ich weigere mich. So weit hatte Bruno doch noch nicht gedacht. Der Prinz würde bald zurück sein, also beschloss er schnell zu lügen. Wenn du dich weigerst, schicke ich meine Männer aus, um deinen Sohn zu fangen. Zehn, äh, zwanzig gefährliche Diebe wie ich. Lass mich gehen. Wähle weise, Königin. Entweder du machst mich zum König oder ich nehme deinen geliebten Sohn gefangen. Du wirst nie König sein. Dann nehme ich deinen Sohn. Nein! Die Königin, die bereits ihren Mann verloren hatte, stimmte widerwillig zu. Na gut. Nein, nein, ich brauche ein Versprechen. Ich weiß, dass ein König dieses Versprechen niemals gebrochen wird. Ich verspreche, du wirst König. Unterdessen fand Raymond endlich einen Bach und sammelte Wasser. So, ich gehe besser zurück. Ein Hund? In diesem Wald? Oh, hey! Der Hund schien ängstlich zu sein, zerrte an Raymonds Hose und forderte ihn auf, ihm zu folgen. Irgendwas stimmt nicht. Hm, ich bin sicher, dass Mama noch ein paar Minuten warten kann. Er folgte dem Hund und dieser führte ihn zu einer Höhle. Sie schlichen beide hinein und dort stieß er auf eine Gruppe von Banditen, die sich stritten. Ich habe den größten Teil der Drecksarbeit erledigt, also gehört die Beute mir. Wenn jemand das Gold verdient hat, dann bin ich das. Sieht aus wie eine Bande von Dieben. Er ging mit, folgte dem Hund und landete in einem seltsamen Raum. Oh, also, was nun? Wer bist du? Raymond drehte sich um und war erstaunt, dass eine junge Frau hinter Gittern gefangen war. Wer bist du? Ich habe zuerst gefragt. Ich bin Raymond, Prinz von Cerulis. Ein Prinz? In einer Diebeshöhle? Der Hund hat mich hergeführt. Zuckerwurf! Und? Mein Name ist Nessie. Ich bin die Prinzessin von Splendalia. Ich wurde vor zwei Tagen gefangen genommen und... Vor zwei Tagen? Wie kommt es, dass mir niemand von einer vermissten Prinzessin erzählt hat? Ähm, ich hatte mich heimlich vom Schiff geschlichen. Keiner weiß, dass ich hier bin. Hm, und dann? Ich schlich mich vom Schiff. Zuckerwurf lief davon. Und ich verfolgte ihn in den Wald. Eins führte zum anderen und... Anna hat dich gefangen. Ja, meine Leute wollen heute Abend abreisen. Bitte rette mich. Was für ein Prinz wäre ich, wenn ich eine arme, verantwortungslose Prinzessin einer Diebeshöhle zurücklassen würde? Ein Schlimmer. Und ich bin nicht verantwortungslos. Ich bin abenteuerlustig. Raymond versuchte, das Gitter aufzubrechen, aber es ließ sich nicht bewegen. Hm, oh. Ich habe zufällig gehört, wie die Diebe darüber sprachen, ein Schwert gestohlen zu haben, das den Träger unbesiegbar macht. Wo ist es? Da unten. Nimm Zuckerwurf mit. Klar, als ob dir helfen würde. Raymond ging den Tunnel hinunter und kam zu einer großen Metalltür. Das Schwert muss dahinter sein. Aber weh. Hey. Zuckerwurf grub ein kleines Loch unter der Tür und schob sich hindurch. Guter kleiner Zuckerwurf. Das Schwert. Hol es. Wird er mich verstehen? Doch Raymond hatte keine Gelegenheit, darüber nachzudenken, denn die Tür brach krachend aus den Angeln. Du meine Güte, hast du das Schwert benutzt? Raymond lief zurück zu Nessie und befreite sie gleich. Aber als sie versuchten zu fliehen, wurde sie von den Dieben überfallen. Die hatten das Geräusch der Metalltür gehört. Zum Glück habe ich das. Und ich hab das. Die Diebe waren dem Schwert nicht gewachsen und Zuckerwurf hatte ein paar Hundetricks. Gut, Zuckerwurf. Es gelang ihnen zu entkommen und sie liefen zurück zum Haus. Vor lauter Eile bemerkte er nicht, dass ein Pferd fehlte. Hier, nimm mein Pferd und geh. Danke, Raymond. Hier, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Wenn du jemals Hilfe brauchst, wende dich an mich. Sie galoppierte mit Zuckerwurf davon. Mama, ich bin wieder da. Mama? 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 Er rief aber niemand antwortete. Er sah draußen nach und bemerkte das fehlende Pferd. Mama, es hat etwas zugestoßen. Ich muss zurück. Für die Rückreise zum Palast brauchte er den ganzen Tag. Als er dort ankam, hörte er die Leute reden. Die arme Königin. Der neue König klingt furchtbar. Neuer König? Ich habe gehört, er ist ein berüchtigter Bandit. Was ist mit den Prinzen? König Bruno hat dem Befehl gegeben, den Prinzen zu fangen. Raymond sah auf dem Palast und er sah stämmige Männer, die ihn bewachten. Die kannte er gar nicht. Ah, meine arme Mutter wurde also von einem Banditen gefangen genommen, der jetzt König ist? Ah. Er zog den Ring heraus, den Prinzessin Nessie ihm gegeben hatte. Nessie, sie wird mir helfen. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Er reiste zurück zum Hafen, aber Splendalias Schiff war schon weg. So nahm er ein anderes Schiff nach Nessies Königreich. Und schließlich erreichte Raymond das Königreich Splendalia. Ha, vielleicht erst mal ein Imbiss. Ich werde Nessie gleich danach suchen. Nessie war in ihrem Palast. Nessie, du musst jemanden Nettes zum Heiraten finden. Ach, Zuckerwurf reicht mir voll und ganz. Wir sprechen von einem Partner zum Lieben, nicht von einem Partner zum Streicheln. Nee, ist schon okay. Komm schon, Zuckerwurf. Ein Partner, hm? Hm. Prinz Raymond schien nett zu sein. Wenn sie nur wüsste, wo Raymond ist. Ah, nicht mehr viel übrig. Er bezahlte die Mahlzeit und spazierte hinaus zu den Toren des Palastes. Ich bin hier, um Prinzessin Nessie zu sehen. Wartet, ich werde einfach... Hä? Raymond suchte in Panik alles ab. Habe ich ihn verloren? Er verfolgte seine Schritte zurück und suchte überall nach dem Ring, konnte ihn aber nicht finden. Was sollte er ohne den Ring und fast ohne Geld oder Hilfe in einem fremden Königreich tun? Der Ring wurde an ein Händler verkauft, wo er von einer Palastsofe gefunden wurde. Die brachte den Ring zum Palast und gab ihn Nessie. Und die war schockiert. Nessie ging zu dem Händler, der voller Angst alles ausplauderte. Von dort aus besuchte sie das Gasthaus, in dem Raymond gegessen hatte, aber er war nicht mehr da. Er war auf der Suche nach Arbeit, Eure Hoheit. Er fragte auch mich, aber ich habe abgelehnt. Nessie beschrieb ihren Wächtern Raymond und in kürzester Zeit suchten sie alle nach ihm. Und schon bald fanden sie ihn bei der Arbeit in einem Blumenladen. Ein Prinz? In einem Laden wie diesem? Nessie, du hast mich gefunden? Ein Blumenladen passt zu dir. Weil ich so süß bin wie Blumen? Vielleicht. Also, was machst du hier? Raymond erzählt ihr die ganze Geschichte. Wer ist jetzt der Verantwortungslose? Nun, ich werde dir helfen. Raymond und Nessie schmiedeten einen Plan und machten sich auf den Weg nach Zerulis. Sie tauchten gut getarnt vor den Toren des Palastes auf. Wer seid ihr? Ähm, ich bin das Orakel aus den östlichen Bergen und komme, um König Bruno zu besuchen. Die Wachen waren erschrocken. Es stimmte, dass in den östlichen Bergen ein berüchtigtes Orakel lebte, zu dem die Menschen in Scharen ströten, um es zu sehen. Bruno sprang triumphierend auf. Meine Größe hat sich aber umgesprochen. Sogar das Orakel kommt, um mich zu sehen. Sein blindes Ego ermöglichte es Raymond und Nessie mit Leichtigkeit in den Palast zu spazieren. Willkommen, großes Orakel. Wem verdanke ich dieses Vergnügen? Du verdankst es deiner Gier. Und Dummheit! Angriff! Die Soldaten warfen ihre Kapuzen ab und stürzten auf Bruno zu. Nessies Soldaten waren geübte Männer und im Handumdrehen hatten sie die Banditen und ihren König gefesselt. Raymond! Mama! Oh, ich bin so froh, dass es dir gut geht! Bruno wurde gefangen genommen und im Königreich herrschte nun Frieden. Wer ist diese reizende Dame? Mein Name ist Nessie, eure Hoheit, Prinzessin von Splendalia. Oh, du bist Trishas Tochter. Sie kennen meine Mutter? Ja, natürlich. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Nun, besuchen wir sie doch. Immerhin hatten wir diese Reise schon lange vor. Und so fuhren die drei nach Splendalia. Die beiden Königinnen freuten sich einander zu sehen und in der Gesellschaft ihrer Freundin ging es Raymonds Mutter besser. Raymond und Nessie verbrachten viel Zeit untereinander, bis sie schließlich... Mutter, Vater, wisst ihr noch, wie ihr wolltet, dass ich die Liebe finde? Das wollen wir immer noch, meine Liebste. Nun, jetzt habe ich sie. Oh, wir werden Schwiegerköniginnen sein. Prächtig. Ich freue mich für euch beide. Danke, Mama. Nessie hatte die Liebe gefunden. Die Königin hatte ihren Fried wiedergefunden und Serolus hatte seinen wahren König gefunden. Ihre Freundlichkeit, Beharrlichkeit und Tapferkeit hatten sie nur stärker gemacht. Und es sind diese Eigenschaften, die es einem Menschen ermöglichen, im Leben mit viel Spaß so weit zu kommen. Fuhrt war Schwiegerkönig kam. Die Königin hatte früh, diemaybe woodkönig sein ... und Dutch. Die Königin hatte auch ein Essen mit Weimar im Die Königin hatte er Abu,